Im Rahmen der Lektion Modelle und Ansätze des Konsumentenverhältnisses haben Sie den Begriff des Phasenmodells bereits kennengelernt. In dieser Lektion beschäftigen wir uns jetzt mit dem Phasenmodell der Kaufentscheidung. Das heißt, wir werden uns im Detail die einzelnen Phasen eines Kaufprozesses ansehen. Und dieses Phasenmodell der Kaufentscheidung unterteilt sich in drei Phasen. In die Vorkaufphase, in die Kaufphase und die Nachkaufphase. Und wie wir anhand dieser drei Phasen bereits erkennen können, beschäftigen wir uns hier einerseits einmal, was passiert vor dem Kauf, was passiert während dem Kauf und was passiert im Anschluss an den Kauf. Starten wir zuerst mit der Vorkaufphase. Diese Vorkaufphase kann wieder in unterschiedliche Phasen unterteilt werden. Zuerst einmal haben wir die Problemerkennung. Das bedeutet, ein Konsument erkennt, dass er ein Problem bzw. einen Bedarf hat. Im Anschluss daran beginnt der Konsument dann mit der Informationssuche, wie er dieses Problem beheben kann. Und diese Infosuche kann einerseits einmal intern erfolgen und andererseits extern erfolgen. Unter der internen Informationssuche verstehen wir, dass der Konsument auf ihm bereits vorhandene Informationen aus seinem Gedächtnis zurückgreift. Also Dinge, die er bereits erfahren hat und dann in weiterer Folge auch abgespeichert hat. Oder eben auch auf erlernte Informationen, die er jetzt einfach wieder abruft und damit versucht, sein Problem zu lösen bzw. Alternativen zu finden, wie er sein Problem lösen kann. Und darüber hinaus gibt es dann eben auch noch diese externe Infosuche. Darunter wird verstanden, dass der Konsument zum Beispiel im Internet nachschlägt, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, um sein Problem zu lösen. Oder aber zum Beispiel auch mit Freunden spricht oder mit Familienangehörigen spricht. Und im Anschluss an diese Infophase erfolgt dann eine erste Evaluierung am Ende der Vorkaufphase. Das heißt, die gesammelten Informationen werden einmal evaluiert und einmal so eine Erstevaluation durchgeführt, mit welchen Alternativen oder welchen Möglichkeiten eben sein Problem gelöst werden kann. Und diese Alternativenidentifikation erfolgt dann auch eben im Rahmen des Überganges von der Vorkaufphase in die Kaufphase. Und dort basiert im Anschluss dann an diese Alternativenidentifikation eben auch die Intentionsentwicklung. Das heißt, der Käufer hat schon erste Tendenzen, in welche Richtung es gehen kann, beziehungsweise entscheidet sich dann im Endeffekt für den Kauf des für ihn am besten geeignetsten Lösungen, um das Problem letztendlich zu beseitigen, beziehungsweise den Bedarf zu beseitigen. Und im Anschluss an den Kauf gelangen wir dann eben in die Nachkaufphase. Und in dieser Nachkaufphase wird zuerst einmal das gekaufte Produkt, beziehungsweise die gekaufte Dienstleistung genutzt und konsumiert. Und im Anschluss an diese Nutzung, beziehungsweise Konsumation, erfolgt dann eben auch wieder eine Evaluierung. Also sprich, der Kunde eruiert, wie zufrieden er letztendlich mit der gekauften Problemlösung ist. Und wenn er mit der gekauften Problemlösung zufrieden ist, ja, dann entsteht Kundenzufriedenheit. Und wenn er nicht zufrieden ist, dann kann es gegebenenfalls zu einer Beschwerde führen. Und nach einer gewissen Zeit erfolgt dann in der Nachkaufphase zum Beispiel auch die Entsorgung, wenn das Produkt zum Beispiel nicht mehr benötigt wird. Ja, das sind so die drei typischen Phasen einer Kaufentscheidung. Und wichtig im Zusammenhang mit der Konsumentenverhaltensforschung, beziehungsweise auch mit Marketingaktivitäten, ist es wirklich darauf zu achten, dass in jeder Phase dieser Kaufentscheidung der Kunde optimal bedient wird und dementsprechend auch optimal aktiviert wird, um so am Ende wirklich eine Kundenzufriedenheit und eine Kundenbindung sicherstellen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017